Video 5 Wie man einen Song schreibt, Teil 1 von 5 Hallo, in diesem und in den folgenden Tutorials werde ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Song kreieren, der nicht nur eine Melodie und eine Begleitung enthält, sondern mehr Elemente, wie zum Beispiel Drums, eine Basslinie und Akkorde. Wir beginnen mit einem leeren Projekt und das erste, was wir machen, ist ein Modul aus dem Menü auszuwählen. Wir wählen einen Generator, der ein simpler Dreieckswellenoszillator ohne einen Filterschaltkreis ist und verbinden ihn mit dem Output. Lassen Sie uns dem Generator eine Melodie zuweisen. Unsere Melodie wird sechs Vierteltakte lang sein und wir wollen sie viermal wiederholen. Anstatt das Pattern mit Copy & Paste einzufügen, wie wir es im vorherigen Tutorial getan haben, wollen wir dieses Mal eine Melodie und ihre Wiederholung in einem einzelnen Pattern schreiben. Lassen Sie uns im Menü Pattern Properties auswählen und dann die Anzahl der Tracks auf 1 setzen. Wie wir wissen, besteht eine Melodie mit sechs Takten für unseren Tracker aus 96 Linien oder Schritten. Diese 96 multipliziert mit 4 ergeben 384. Das ist, was wir in Number of Lines einzustellen haben. Sobald ich den Tracker freischalte, werde ich die Melodie schreiben, die Sie in der Beschreibung sehen können. Versuchen Sie mir dabei zu folgen und lassen Sie sich von mir helfen, die Pfeile zu benutzen oder mit dem Finger quer zu den Linien zu scrollen, um die Noten in die richtige Spalte einzufügen. Das ist, was wir in Number of Lines einzufügen. Das ist, was wir in Number of Lines einzufügen. Der Grund, warum ich diese Melodie und ihre Wiederholung in einem einzigen Pattern schreiben möchte, ist, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie Objekte in dem Tracker auswählen, kopieren und einfügen können. Versichern Sie sich, dass der Tracker sich am Anfang befindet und wählen Sie das gestrichelte Symbol im obersten rechten Teil des Fensters aus. Nun berühren Sie die erste Linie des Trackers und verschieben Sie die Auswahl bis ans Ende der Melodie, die wir geschrieben haben. Aus dem Menü wählen Sie Copy. Klicken bis dahin, wo Sie die Melodie einfügen wollen, direkt hinter dem grün hinterlegten Bereich und wählen Sie im Menü Paste. Nun wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal, um alle 384 Steps zu füllen. Jetzt sind wir bereit, die Melodie abzuspielen. Ab diesem Punkt können Sie den Generator justieren. Aber Sie können auch genauso die Geschwindigkeit der Melodie verändern, weil wir sie zum Beispiel gerne etwas schneller hätten. Um das zu erreichen, wählen Sie im Hauptbindel auf der linken Seite Project Properties aus und bewegen den BPM-Schieber. In dem Modul View wollen wir das Signal vom Generator etwas verstärken. Trennen Sie die Verbindung zum Output-Modul, klicken Sie doppelt und wählen Sie im Effects-Menü Amplifier und verbinden es mit dem Generator. Von den Effects wählen wir nun einen Compressor und verbinden den Output des Amplifies mit dem Input des Compressor. Unter einem Compressor versteht man eine Audiosignalverarbeitung, bei der laute Klänge leiser und leise Klänge lauter gemacht bzw. amplifiziert wird. Dadurch wird der Dynamikumfang eines Audiosignals reduziert oder komprimiert. In unserem Fall müssen wir das Signal aus dem Compressor ebenfalls verstärken, um die Lautstärke besser regeln zu können. Nun können wir den Ausgang vom zweiten Amplifier mit dem Output-Modul verbinden. Sie hören nun, dass der Sound aus dem Generator viel heller und definierter ist. Lassen Sie uns der Melodie ein Beat hinzufügen. Aus dem Synth-Menü wählen wir einen Drum-Synth. Ein Drum-Synth ist ein etwas anderes Modul als die übrigen Synth-Module. Es spielt einen anderen Klang für jede Note und dadurch unterscheiden sich alle seine Oktaven voneinander. Wir suchen nach einem Kick-Sound. Und ich mag diesen. Bevor wir den Kick-Teil schreiben, nehmen wir einen weiteren Amplifier und wir verbinden den Drum-Synth damit. Dann verbinden wir den Ausgang vom Amplifier mit dem Compressor und in den Amplifier vor dem Output-Modul. Auf diese Weise ist das Kontrollieren der Lautstärke und das Mischen unserer Kick-Drum mit anderen Percussion-Sounds we clap einfacher. Nun gehen wir in die Timeline, klicken doppelt darauf und erzeugen ein neues Pattern, das wir passend an den Anfang unserer Songs verschieben. Unter Pattern Properties können wir die Länge dieses Patterns auf 96 Steps einstellen. Nun können wir bestimmen, eine Tonart zu spielen, die zu einer Kick-Drum korrespondiert und in jedem Takt zum Downbeat erklingen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können zur Timeline zurückkehren und das Drum-Pattern dreimal klonen, um auf die Länge unserer Melodie zu kommen. Lassen Sie uns abspielen, was wir bis jetzt komponiert haben, um unsere Module justieren zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und das Drum-Pattern dreimal klonen,